Herzlich Willkommen Kühlbox das Quiz. Bin jetzt schon brutal nervös. Wie heißt die Hauptshow von Hessen? Du lernst ja auch hier was bei der Kühlbox, das ist ja Allgemeinwissen. Frankfurt. Wann lief der Eishockeyfilm Mighty Ducks Teil 1 im Kino? 1987. Welche Stadt nennt man auch die Quadratenstadt? Mannheim. Wer sang im Jahr 2014 den Hit Bauch und Kopf? Wie hießen die? Plastik oder keine Ahnung. Ja, Bauch und Beton. Bauch und Kopf. Patrick Ehrlichner. Was ist die Entfernung zwischen Schwenningen und Bremerhaven? 900 Kilometer. Was steht in Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes? Uiuiui, it could be it could. In welchem Jahr betrat Armstrong als erster Mensch den Mond? Glaube ich bis heute nicht. Wie viele Bulli-Kreise sind auf dem Eis? Neun. Was war die Frage? Wie viele Bulli-Kreise sind auf dem Eis? Kreise, vier. Bulli-Punkte. Nochmal. Wie viele Bulli-Kreise sind auf dem Eis? Fünf. In welcher Eishockey-Stadt steht der Pulverturm? Straubing. Wie heißt das Format, wo ich immer die Spieler zu Hause besuche? Wie hallo liebe Kühlbox-Freunde. Es ist auf Facebook. Ja Leon, Servus. Ähm, Home Talk, ich muss irgendwas sagen. Ja Leon, Servus. 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 Vielen Dank.